Harry und Meghan genossen einen Date-Abend in Montecito, um den Geburtstag der Herzogin zu feiern, einen Tag nachdem das Bar seit Monaten zum ersten Mal gemeinsam öffentlich aufgetreten war. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden lächelnd und lachend gesehen, als sie das trendige italienische Restaurant Relon verließen, das bei Prominenten wie Kotniker der Schieren und Ellen DeGeneres beliebt ist. Meghan, die heute 42 Jahre alt wird, trägt ein trägerloses schwarz-weißes Possekleid im Säulenstil zum Preis von 188 Pfund, gebart mit ihrer geliebten Kaltgeitersche und flachen schwarzen Riemchensandalen. Der Prinz begleitete sie in einem leinenblauen Hemd und weißen Hosen. Die Herzogin hielt ihren Schmuck für den Ausflug schlicht und verzichtete auf Halsketten, damit ihr Dekolleté im trägerlosen Kleiddesign voll zur Geltung kommt. Sie entschied sich jedoch für klobige goldene Kreolen und einen Stapel Armbänder an einem Handgelenk, um ihr etwas Glanz zu verleihen. Dazu gehörten jedoch ein beliebtes Katje-Libes-Armband im Wert von 5400 Pfund und ein scheinbar goldenes Mini-Basilikum-Tennis-Armband von Jennifer Meyer im Wert von 3700 Pfund. Obwohl Meghan viel Schmuck trägt, trägt sie weiterhin keinen Ehring. Auch Harry, ihr Ehemann, wurde von Fans dabei gesehen, wie sie den Ring zu Hause verließen. Das Paar betrat das beliebte Lokal, in dem der Musiker Travis Barker früher am Abend gesehen wurde, und zu ihnen gesellte sich ihr guter Freund Mike Cohn, Ehemann der langjährigen Freundin der Herzogin von Sussex, Hedda Direct. Auf Fotos ist zu sehen, wie das Paar die Restaurantfront verlässt, bevor man sieht, wie Meghan auf etwas in der Ferne zeigt. Sie ist dann die Einzige, die ins Auto springt. Offensichtlich hatte Harry stattdessen einen Männerabend mit Matt Cohn, dem Ehemann von Hedda Direct. Sie wollten später irgendwo hingehen, ohne Meghan, die sie nach ihrem Frühaufsteher-Dinner untergebracht hatte. Genug, um den richtigen Abends zu verbringen, Harry und seine Freunde sind in passendem Schwarz und Weiß gekleidet und er geht hinter ihr her, wo Harry es früher getan hat. Harry steigt definitiv nicht ins Auto. Er ist draußen vor der Tür. Cohn ist drinnen neben ihr. Auf einigen Fotos sahen wir die Spannung zwischen Harry und seiner Frau, als er sie bat, im Auto zu bleiben. Beide erhoben ihre Stimmen und für einen Moment war das Gesicht des Prinzen voller Wut. Am Ende folgte Meghan immer noch Harrys Anordnung. Sie wissen, dass es ein Abend unter Freunden ist, Harry möchte sicher nicht, dass Meghan sich bei dem Spaß unbehaglich und überflüssig fühlt. Das Abendessen war ziemlich kurz und Meghan musste kurz darauf nach Hause, damit Harry und seine Freunde eine richtige Party feiern konnten, sagte die Quelle. Es ist der zweite öffentliche Auftritt der in Kalifornien ansässigen Royals innerhalb weniger Tage, nachdem sie wochenlang nicht zusammengesehen wurden. Die Mahlzeiten im italienischen Restaurant kosten zwischen 24 und 61 Pfund. Italien-Libhaber können außerdem aus 24 verschiedenen Pasta- und Risotto-Gerichten sowie einer Vielzahl an Fleisch- und Fischgerichten wählen, vom Lachsfilet bis zum Filet-Mining-Steak. Kürzlich waren sie in einem Video zu sehen, wie sie Seite an Seite im Garten ihres Herrenhauses in Montecito in Kalifornien saßen und 26 Einzelpersonen und Organisationen für eine Wohltätigkeitsorganisation für junge Menschen gratulierten. Es heißt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex die Spekulationen über Beziehungsprobleme satt haben und Quellen darauf beharren, dass die Ehe des Sussexes in Ordnung sei. Während Harry spricht, scheint er ein paar Mal zu Meghan hinüber zu blicken, aber wir werden nicht gezeigt oder verwenden ihren typischen Blickkontakt und ihr bewunderndes Gesicht, das Harry anstarrt. In diesem Clip kommt es weder zu einer Berührung zwischen ihnen noch zu gegenseitigen Blicken. Irgendwann schaut Meghan nach unten und hört dem Anrufer zu, und ihre Augen scheinen nach oben zu blicken, aber ihr Blick senkt sich wieder, bevor sie Harrys Augen erreicht.